Der letzte Part nahm ein trauriges Ende. Link, unser Protagonist, unser Hauptprotagonist, hat mit Prinzessin Zelda Schluss gemacht und er bekam von ihr einen Brief, in dem steht, wo sie wohnt und wann sie alleine ist, wann sie in einen dunklen Wald ganz alleine spazieren geht und weil er unter ist im Paar. Guten Morgen! Na? Willst du die selbst? I am Impa of the Sheikas. I am responsible for protecting Prinzessin Zelda. Ähm, äh, hab ich jetzt Prinzessin? Egal. Ich glaube, ich liege richtig. You are a courageous boy. You are heading out on a pig. New adventure, aren't you? My role in the Prinzessin's dream was to teach a melody to the one from the forest. Äh, ja, melody und so weiter. I have to relate this song for Prinzessin as a Lala Abby ever since she was a baby. There is mysterious power in these notes. Now listen carefully. Memorize this song. So, links, hoch, rechts. Wie war das bei mir? Okay, ich weiß wieder. Wie war das bei mir? Ihr habt gelernt, dass es dabei ist. Wenn die Kassel-Soldier finden Sie, dann werden Sie Probleme geben. Ich werde Sie aus dem Kassel leaden. Mein Englisch ist sehr dumm. Ihr werdet, wir müssen die beautifulen Land der Hyrule. Take a good look at that mountain. That is Death Mountain, home of the Gorons, where hold a spiritual stone of fire. At the foot of Death Mountain, you will find my village, Kakawiko. That is where I was born and raised. You should talk to some of the villages and so weiter, damit Sie die Ordnung und Bugfeifer-Gamecon in der Song, I just fought you. Ja, hast du schon gesagt. Mysteriöse Power und so weiter. Remember to love that you're coming from here. The princess is waiting for you to return to the castle with the stone. All right, they're haunting on you. Where are you, Impa? So, bevor wir zum Schloss gehen, zu Kakariko gehen, sollen wir nochmal zum Schloss Hyrule zurückkehren. Und erstmal ein paar Rubin einkassieren. Genau, einkassieren. Weil wir brauchen jetzt noch 80 Rub... Ich weiß gar nicht mehr wie viel der kostet. Ich glaub 80 Rubine. Ja, 80 Rubine müsste halt ungefähr kosten. Auf die können wir scheißen. Wegen dem Hylia-Schild, weil ich hab ja schon gesagt, äh, wenn wir nach oben zu Fee gehen, dass ich da lange nicht durchhalten würde mit drei Herzen und ohne Schild. Ausweichen kann man diesen Kometen da auch, äh, diesen Vulkangestein auch nicht, weil die so wie Zielsucher sind. Ich hoffe, ich schaffe noch einen Part gleich. Na, das müsste reichen gleich und... Ah, ja, 80 Rubine, das müsste reichen. Müsste reichen. So, dann gehen wir mal zum Bärtigen und das Schild kaufen. Ah, hat ja nicht lang gedauert jetzt. 1-2 Minuten, glaub ich. Duh, da, duh, dh, do, dh, do, dh, dh, de, dh, we, o!!! W-we, końмоä! Boah. Eww. Es ist ein Wopies. Switch to the equipment, subscreen and select with shield when equip it away. Nein. Tschüss. So. Können wir für später gut gebrauchen. Okay, jetzt gehen wir mal zum Kakariko. Zum Dorf Kakariko. Da müssen wir dann den Zell... Ja, hab ich schon hier. Da müssen wir den Zelda-Brief abgeben, damit wir nach oben kommen. Also wie bei Oqueen of Time halt. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und weiter geht. Ich liebe diese Melodie. Kakariko Village. Ah, diese Wache mag ich irgendwie. Ding-Dong-Ding-Dong. I am a clock soldier of Kakariko. Where current time is... Ich hab keine Ahnung. Hello there, son. Zellers attendant. The great Emperor. Open this village to the Kermont people. We have only a small population now. But someday this place will be as lively as Hyrule Castle Town. Oh yes, it will. Climb up the stairs at the north and of the village to find the trail that leads up Death Mountain. But you need the Queen's Permi... Permission to act to... Okay. Ich mag die Wache irgendwie. Ich mag sie. Den mag ich irgendwie nicht. Breit Maul, Frosch! Was sollst du sagen, alter Mann? Eine Boss of the Carpenters with Empire to improve this village to make it into a true city. Ach, nur... Unnütz. Ja, schön. Jetzt quasi dämme ich erstmal voll, der alte Mann. Ich will... Ich will es noch bis zur Dodong-Höhle schaffen. Ja! Schnauze! So. Ich hoffe, ich schaffe es noch in den drei, vier Minuten. Hi! Zur Dodong-Höhle. Oh, ne, jetzt kommt die Wache. Die labert ja auch so viel. Aff! Oh. Okay. Oh, this is... This is surely Princess Anna's handwriting. Well, let's see. Okay. This is Link. He is under my orders to say for a while. Wow! Hahaha! What kind of funny game has our princess come up with now? Okay, okay, all right. You can go now. Just be careful, Mysterio. Hohoho! Nein, laber mich nicht voll! By the way, Mysterio, if you're going to climb Death Mountain, you should equip a proper shield. It is an active volcano after all. If you go back to Hyrule Castle Town Market, you should check all the bizarre. Where sell to... Uh... Sell... The... Sile... Shield... I... I... Hattest, ich hab's heute drauf wieder, ey. If you... Uh... Think you're a good girl... Ich kann den mal nicht vergessen. Hab ich vorhin echt Prinzessin gesagt? Prinzess... Prinzessin? Hey God. Have you been to the Happy Mask Shop that just opened in Hyrule Castle Market? Everyone is talking about it. My little boy pesters... Uh... Yeah, pesters me for a popular mask. But I don't have time to go there. So, could you go and get the mask for me next time you are in the market if you don't feel like it? That's okay, but... Well, I have no choice. This is my job. Sigh. Sigh, ruhig. Oh God. Okay, der Part wird wieder länger, ey. Oh man. Oh man. Oh. Ach nee, Moment. Nee, mir ist da gerade eingefallen. Ach. Okay, wisst du was? Wir sehen uns im nächsten Part im Kokiri-Wald wieder, weil wir ja, äh... Dings müssen. Äh... Sahlias Lied erlernen müssen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, let's play The Legend of Zelda Master Quest. Tschüss! Tschüss!